Ich möchte nur ganz kurz ein Hochbeet zeigen im Februar. Und das Schöne ist an diesem Hochbeet, dass wir das ganze Ding erst im letzten Jahr aufgebaut haben. Und die ganzen Pflanzen, die jetzt da drin sichtbar sind, sind größtenteils winzige Mutterpflanzen gewesen und einfach nur Stecklinge. Und dank dieser speziellen Konstruktion mit dem Hochbeet sind die Pflanzen hier rausgeschossen, wie wenn sie irgendwie speziell gedüngt worden wären. Sind sie aber nicht. Kein Düngeeinsatz, kein Spritzmitteleinsatz. Hier ist uns leider eine Mauer zusammengekracht. Vielleicht war es auch böser Wille vom Nachbar, man weiß es nicht genau. Die anderen Mauern stehen ja. Egal. Zurück zum Hochbeet. Wir haben in diese Hochbeete überall Hölzer eingebaut. Die dienen dem Wasserspeicher. Und die bunte Mischung zwischen den Pflanzen hält sozusagen dieses kleine Mikro-Ökosystem in der Waagschale. Und wir haben auch ganz speziell jede Pflanze stehen lassen, weil in diesen hohlen Stängeln, genau hier, da überwintern, unsere Wildbienen drin. Deswegen gilt in solchen Permakulturanlagen, Aufräumarbeiten, wirklich erst im Frühling. Zum Beispiel hier im Frühling wird dann die Minze komplett runtergeschnitten. Die treibt ja neu aus. Oder auch hier die fette Henne wird dann runtergeschnitten. Aber jetzt, wie gesagt, bleiben alle Stängel dran. Wir wollen ja den Tieren Nahrungsquellen und Nistplätze bieten. Und zum Abschluss von dem Video, da kann ich vielleicht schon mal die Leute so ein bisschen drauf aufmerksam machen, was ich bald hoffentlich gut veröffentlichen kann, ohne irgendwie dabei in den Knast zu wandern. Die traurige Wahrheit ist, dass das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, illegal war. Ja, in der Tat. Ich, krimineller Imker, habe hier etwas für die Natur getan. Im Pachtvertrag stand auch ganz klar drin, das Anlegen von Teichanlagen und Trockenmauern ist erwünscht. War ein städtischer Pachtvertrag. Und dann haben wir hier diese Hochbeete aufgebaut. Wir haben eine Anzeige bekommen, wegen illegaler Steinablagerung, weil da halt so ein paar Haufen rumlagen. Ich meine, ich kann ja auch nicht alles mit meinen Kollegen hier an einem Tag aufbauen. Das hat Zeit in Anspruch genommen. Und in der Zwischenzeit habe ich vom Liegenschaftsamt dann zwei wirklich hässliche Briefe bekommen, dass das alles nicht dienlich wäre für die Natur. Dass ich die Beete zurückzubauen habe. Da war die Frist schon letztes Jahr abgelaufen. Ich habe dann so geschrieben, hey Leute, hier sind alles voll mit Eidechsen und Larven im Boden. Hauptsächlich auch Wildbienenpopulationen. Und mit meinen Argumenten kam ich nicht durch. Da hat sich noch die Umweltbehörde eingeschaltet. Und ich habe dann wieder einen Brief bekommen. Ich möchte euch auch diese Briefe vorlesen, früher oder später. Ich bin nur noch am Trittsicherwerden, was die Rechtssicherheit angeht. Weil wenn ich da irgendwelche Daten veröffentliche, nachher komme ich noch wegen Datenschutz in den Bau. Und nicht nur wegen groben Naturschutzverstößen. Ja, also das Umweltamt hat mir einen Brief geschrieben, dass wenn ich einfach nur eine Grasfläche hätte, die ich drei bis vier Mal im Jahr mähe, wäre das ein höherer Nutzen für unsere Insekten als das hier. Wie gesagt, ich möchte euch dieses Schreiben wirklich zeigen. Dass einfach mal die Menschen wissen, was hier abgeht mit dem Thema Insektensterben. Da sind junge Leute unterwegs, die bauen sowas aus dem Herz raus, ohne dafür Geld zu wollen. Einfach, weil es wichtig ist und getan werden muss. Und unser Bürokratiesystem reibt sich an sowas. Und der Oberknaller ist, das hier ist alles illegal. Gerade hier vorne um die Ecke rum, selbes Gebiet, sitzen die Landwirte. Da wird die Erde rumgestoßen. Aber das ist ja nicht das Schlimme. Nein, da wird auch massiv Gift gesprüht. Und das ist okay und das ist nicht okay. Gift sprühen, okay. Naturschützen, nicht okay. Ja, also Leute, ich kann nur sagen, da stimmt halt was in unserem System überhaupt nicht mehr. Und ich hoffe auf ganz, ganz viel Unterstützung von euch allen, dass ich auch, falls es zu Gericht, also falls es vor einem Richter kommt, falls ich vor Gericht sitzen muss wegen meinem Umwelttotier, dass auch das nötige Kleingeld da ist, dann solche Streitereien gewinnen zu können für eben das Thema eine bessere Welt. Weil eins ist klar, wenn jeder Garten so aussehen würde, hätten wir dieses ganze Thema Insektensterben definitiv schon mal mit dem Hauptpunkt rausgenommen. Das war eines der wichtigsten Faktoren, warum die Viecher halt einfach alle sterben, weil die Lebensgrundlagen fehlen und auch die Ernährung einfach nicht ausreichend mehr da ist. Ja, auch hier ein weiteres illegales Hochbeet. Verstehen tue ich das nicht. Und das, was ihr jetzt seht, ist für mich ein Witz, weil das blüht ja jetzt noch gar nicht. Das ist alles hier ein Jahr alt. Das heißt, das ist erst der Anfang. Und wer diese Hochbeete mal in Blüte sehen möchte, der guckt sich bei Facebook mal noch die anderen Videos an. Da haben wir nämlich 2021 schon hier teilweise Rundgänge drin, vielleicht auch bei YouTube sichtbar. Müsst ihr mal Rundgang Permakultur eingeben, dann könnt ihr euch das mal in voller Blüte anschauen, wie das hier Dufte ist im Juni, Juli. Ich halte euch auf einen Laufenden und ich hoffe auf ganz, ganz viel Unterstützung, dass wir hier diesen Streit im Liegenschaftsamt gewinnen. Weil eins weiß ich tief in meinem Herz, ich werde das nicht abbauen. Das geht nicht. Da stehe ich zu meiner Person und zu dem, was ich tue mit der regenerativen Permakultur. Und wenn das illegal ist und in Deutschland nicht gewünscht, dann weiß ich nicht, was wir in Deutschland noch als Naturschutz bezeichnen sollten. In dem Sinne, tschüss!